Wo habt ihr gekriegt? Bist du schon heil? Da soll der hin. Echt? Ah, jetzt habt ihr auch keinen Bock mehr, ey. Wisst ihr, wo ich auch keinen Bock mehr drauf hab, hier weiter rumzubrillen, um Leute anzudocken? Wir machen jetzt einen ganz alten Straßenkünstler-Trick. Ich geh nochmal raus, ich komm nochmal rein, hier flippt total aus, die Räder ist ja bloß, da geh mal hin. Habt ihr gehört dahinter? Die haben Spaß, ihr könnt dabei sein, alle Kinder Ohren zuhalten. Alle Kinder leise, so einfach ist Kindererziehung. Volk, wollt ihr gleich zu Fürdas? Ein atemberaubendes, nie dagewesenes Kunststück sehen? Ja! Ja! Ich hab nicht gefragt, ob ihr harten Stuhl gehabt habt. Wollt ihr ein atemberaubendes, nie dagewesenes Kunststück sehen? Ja! 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 Passt jetzt genau auf. Ja! 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 Und hin und her. Hin und her, hin und her. Wenn ich den Ball oben hin und her werfen kann, so könnte ich den unten auch hin und her werfen. Das sieht dann so aus. Einmal, hey! Und zweimal. Hey! Und? Den Oren tief in die Lunge eingesogen. Ja, Mama Papi. Sehr schwieriges Grundstück. Konzentration. Hopp! Hopp, Oberst! Ich merke, ihr mögt die dopen Tricks. Na gut. Einmal hier lang. Einmal da lang. Einmal hier lang. Einmal dort lang. Und zurück und auf das Haut. Macht euch keine Gedanken. Ich krieg das hin, dass das noch bescheuerter aussieht. Jetzt, jetzt! Der Axel! Aber dreh dich da! Für euch der doppelte... Axel! Ach, danke, danke! Aber ich denke, ich denke... Drei... Ich denke, drei derer Bälle sind auf die Dauer ein wenig langweilig. Ich habe aber bin hier erschienen, für eure Kurzweil zu sorgen. Und? Und? Der hat jetzt vier Bälle, Hans. Ja! Und? Hier! Haut euch nicht vom Hocker, oder? Alle Kerle kann ich zu Hause selber! Hopp! 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 Ha! Boah! Vier Bälle! Vier Bälle! Und da fällt mein Künstler rein! Es ist beinahe wie dieses hier. Oder dieses hier. Oder jenes hier. Nur irgendwie ganz anders. Das sieht so aus. Ihr seht mir alle sehr gebildet aus. Ihr seht mir alle aus, als seid ihr des Zählens mächtig. Für euch ein paar Kunststücke im Umgang mit Zahlen. Und dabei geht es immer um die jeweilige Höhe, in der ich jongliere. Es geht um die Höhe und es geht um die Anzahl der Würfe auf drei. Ich mach's euch vor. Hier wäre die vier, weil... Vier Bälle! Hier wäre die drei, weil... Polizmärkte weg! Leute, hier ist nicht der Fernseher, ich kann euch auch sehen. Hier wäre die drei natürlich, bei drei Bälle. Da wo der Ball unten hin und her geht, ist die Eins. Die Eins kann ich gleich auch hinten an meiner Puppertie vorbei. Übergeben müsst ihr darauf achten, ist wichtig. Da wo jetzt der einzelne Ball hoch in die Luft fliegt, wäre die Fünft. Das heißt, wenn ich Fünften-Welle jonglieren würde, dann wäre die Höhe da. Ich sehe von mir, schließe mich da. Das Ganze zusammen, damit es auch einen Sinn ergibt, wäre dann vier... Fünf, drei, vier. Fünf, drei, warte... Sechs, drei, drei, vier... Sechs, drei, drei, vier... Sieben, drei, 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 vier... Gott, oh Gott... Scheiße! Acht, drei, drei, vier... Und jetzt habt Obacht! Sieben, 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 eins... Acht, drei, drei, vier... Dankeschön! Die Stimmung ist jetzt in etwa da, wo ich sie habe. Man glaubt es kaum! Die Stimmung ist am Arsch mal! Man glaubt es kaum! Sieben, 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 sieben... Sieben, 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 sieben... Fünf Bälle! Noch nicht klatschen! Noch nicht! Noch nicht! Tor, Tor! Jetzt! Oh, lass Gott dich! Lasst uns sehen, was man mit fünf Bällen alles anstellen kann. Hin und her und hin und her. Einen dort hinauf und wieder ins Muster. Einen dort, einen da runter. Und wieder ins Muster. Einen dort hinauf und wieder ins Muster. Einen dort hinauf, einen darüber, noch einen dort hinauf und wieder ins Muster. Mein Lieblingskunststück. Mein Lieblingskunststück mit fünf Bällen. Ich hoffe, das klappt heute endlich mal. Nein, nein, wartet, wartet, wartet. Nein, 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 wartet. Das wird noch viel geiler. Schöner, Kinder, schöner. Jetzt könnt ihr euch langsam drauf vorbereiten, ein tosendes Handelklapper auszubrechen. Und zwar... Finale! Wisst ihr, warum das nicht geklappt hat, Kinder? Finale! 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 Ich mach nochmal einen Trick vorweg. Aber... Aber... Ich wäre nicht lupig für Ersagen und Wobene, wenn das schon alles gewesen wäre. Ja, nein. Drei Bälle in der linken Hand. Drei Bälle in der anderen linken Hand. Keiner hätte was gemerkt. Leute, mit zwei linken Händen. Sechs Bälle. Es sei. Oh, nee. Papa. Oh, nee. Papa. Hehehe. Ich kann eure Gedanken lesen. Hätte er nur fünf genug. War doch gut. Nein. Ich versuche euch mal nahe zulegen, was ich hier gerade tue. Wenn ich sechs Bälle jongliere, dann habe ich in jeder Sekunde sechs Möglichkeiten. Einfall. Wer jetzt und hier versuchen, 20 Sekunden angst, sechs Bälle zu jonglieren. Es sind in etwa 35 Würfe aus einer Hand gezählt. Und es sind zweie viele Möglichkeiten, einfall zu lassen. Ihr könnt mitzählen. Aber leise. Und hebt euch euer infernales Jubeln. Ich wiederhole. Infernales Jubeln. Bis ganz zum Schluss auf. Ich muss mich konzentrieren. Einfall. Hey, 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 hey. Wo könnt ihr denn hin? Hallo. Ich bin da auch nicht weggerannt, als ich euch gesehen habe. Mann, Mann, Mann. Wenn dein Alter gehen muss, dann geh mit. Oder Sachen witzig scheiße hier angucken und dann beim Bier. Sechs Bälle. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, drei, zwei, drei, vier, neun, sechs, materialisier, acht, neun, tien, zwölf und dreizehn, drei, vier, vent, authority. th Aoil fünf und dreißen! Wollt ihr sieben Bälle sehen? Jaaaaah! Das waren wieder nur die Kinder und die Kranken und er hier vorne. Ich frage euch alle, wollt ihr sieben Bälle sehen? Was jetzt genau? Sieben Bälle! Weißt du, dass das fünfte Klopfen sich mit dem Steuer hat? Warte, warte, geht gleich los. Konzentration! Sieben Bälle! Jetzt! Ihr Kinder, ihr habt aufgepasst. Das waren natürlich nur fünf. Die großen, ich sehe nur manchmal sieben, aber pass auf, die fünf. Die eine von gerade eben sind sechs. Und die Leute, sieben und sieben, sieben. Sieben Bälle! Das! Könnt ihr noch einen Schritt nach vorne kommen? Das ist hinter euch so eine Gasse für Ignoranten. Dankeschön! Sieben Bälle! Das Wunder zu Strahlsund. Und glaubt ihr, es gibt auf der Erdenscheibe nicht viele, die da wandeln, die desmächtig sind. Seht, das beinahe Unmögliche. Sieben Bälle! Wollt ihr noch mehr? Ja! Ein Ball. Normalerweise, wenn ich meinen Riesenteil raushole, dann geht ein Raunen durchs Volk. Dieses Raunen fängt hier an. Sieht so viel! Oh! Ich komm doch mal rein. Der Text ist nicht so schwer, oder? Oh! Geht nicht so! Konzentriert euch! Ich glaube an euch! Ich war letztens in Sachsen. Ich kann hier dran. Geht los! Einmal. Zweimal. Einmal. Einmal. Ich hab jetzt hier eine große Metallkugel und drei scharfe Messer. Kommt ein Stück nach vorne, Kinder. Nein, 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 nein! Ich mach Witze, bleib da hinten. Das ist gefährlich. Geh nach vorne, Kevin. Nimm deine Schwester mit. Abnein. Ich bin Profi, ich kann das für einen Unfall aussehen lassen. Aber Kinder, bleib da hinten, egal was die Mama sagt. Nein, nein! Einmal. Zweimal. Wow, Fima, Radonna. Schauen wir mal wieder auf, Fima. Ihr müsst das nicht verstehen, Kinder. Hei! Nein, 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 nein! Leise, leise! Absolute Ruhe! Ich muss mich konzentrieren, sonst reden hier gleich vier Finger im Dreck. Und die Kinder, die klauen hier alles, ehrlich. Oh, ne, komm wieder runter. Alter! Werde ich nun die letzte Klinge in meinem Kopf fangen. Nein! Alles klar, Papa. Finale! Finale! Aber ich hatte euch ein heißes Spektakel versprochen. Und hier fackeln sie. Ja! Und hier Feuer sehen. Ja! Wenn ihr den Gauchter brennen seht. Ja! Ich hab zwei kleine Probleme. Das geht Feuer, Herr Kaffer. Mein erstes Problem. Schön, dass hier die Kinder immer in die erste Reihe setzen. Scheiß, Kinder sind schnell nach. Aber ich geh ein Stück zurück. Kinderhaare sticken, die sauf in die Brennen. Mein zweites Problem. Ist viel größer. Hat einer von euch einen Taschendrachen, den er seinen eigenen nennt? Einen Feuerstein, letzter Zeit, dass er doch alle nach vorne geschickt hat. Eber zu mir. Ja! Danke, hat noch jemand Feuer? Oh, ja! 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 Nein, wir sind heute ausnahmsweise nicht. Wer von euch Kinder will ein Feuerzeug geschickt haben? Du was zuerst? Beide Hände? Beide Hände? Was war nix? Noch mal. Konzentriere dich. Du bist zu klein zu empfangen, oder? Wir probieren das hier. Mach nur Scheiße. Wenn ich dieses Grundstück jetzt wage, dann möchte ich, dass ihr alle wie verrückt in die Hände klatschen. Und unter den Beinen. Das Ganze ein bisschen schneller. Und auf das Maul! Ein Kunststück für alle Frauen im Publikum. Macht euch keine Sorgen, die Kinder verstehen das nicht. Bei folgendem Trick habe ich mir neulich mein Haupthaar verbrannt. Ich hoffe, das passiert heute nicht wieder. Zeigen! Zeigen! Zack, zack! Zack, zack! Alter, alter, alter! Bisschen gefährlicher! Äh, Applaus! Wir, wir sagen die Halbendreher. Es war da bei Ihnen! Ich freu mich! Oh ne! Wie komm ich den Namen doch raus? Ne, so nicht. Ach ja, so wie ich reingekommen bin! Und, voilà! Jetzt und hier! Ganz eine Drehruhe! Einmal! Und... Zweimal! Und alle drei! Vielleicht, vielleicht... Eins, zwei, drei! 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 Der Ableuchter! Bist du mutig? Du? Wer von euch Kindern ist mutig? Ich! Ich! Du? Eigentlich wollte ich deine Schwester, aber egal. Wie heißt du? Joshua, läd dich hier hin! Auf den Brücken! Joshua! Joshua, Beine zusammen! Hände an die Hosennaht! Joshua, ich komm jetzt, ja? Keine Angst, hier ist noch nie was passiert! Wir strahlen gut! Joshua, geh los jetzt, okay? Okay, wie fühlst du dich? Gut, ich hab auch noch nicht angefangen! Okay, Joshua, ich fang an, ja? Herr! 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 Joshua! Hey! Ein Applaus! Und er hat nicht einmal gezuckt, der Wengdenkel! Aber bis hierhin war alles nur Spaß! Ja! 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 Ich werde euch jetzt staunen machen! Ich werde euch ein Kunstchen zeigen! Zwei Jahre habe ich daran geklechtet, geschwitzt, geblutet, geweint! Gebrannt! Heute! Heute werde ich es euch zeigen! Und... Hey! Hey! Die Mängelsturm! Die Mängelsturm! Wir wollen sehen, ob es mir möglich ist, mit diesen vier Fackeln auch Tricks zu werfen! Fein! 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 Ja! Unter den Beinen her! Und über die Schulter! Und... Eins, zwei, drei! Am Arsch vorbei! Ich sage einmal, Arsch! Alle freuen sich! Der Vater fuhr, hat die Kinder nach oben bekommen, will ich es Freude machen! Jetzt seht! Staunet! Hey! Ho! Und zum Höhepunkt! Sehr, sehr schwierig! Eins, zwei, drei, vier, fünf! Hey! Ho! 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 Was hat uns kurz gesagt? Ja, wir Gaukler, ja bekanntlicherweise zum Übertreiben neigen, für euch das Ganze mit Kackeln wäre der fünf! Wer von euch glaubt, mir gelingt das? Hand hoch! Drei mehr wie gestern! Wer von euch glaubt, mir gelingt das nicht, Hand hoch? Wenn von euch ist es scheißegal, ob wir das nicht, Hand hoch? Genau sowas habe ich mir gedacht. Wie dem auch sei, wenn mir das gelingen soll, Sie müssen sich das hier total ausflütteln. Ihr kreischt, ihr jubelt, und da werfen ihre Kinder in die Luft. Ich habe mir auch schon gesagt, wenn ihr mal zieht, dann haben wir beide einen Reindertum. Es sei, um dann in Höhekunft abzuhauen. Noch nicht wartet. Ich werde euch, wenn es nie dagewesen ist, Abschlusskunftsstück zeigen. Vielleicht. Und Volk, das soll es hier an dieser Stelle von mir gewesen sein. Zugabe! 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 Wer hat da so gekreift? Und dann sagst du, wie ist dein Name? Aber wie ist dein Name? Wie ist dein Name? Fino! Wie? Fino! Fino, komm mal schnell! Fino, nimm mal mein Schwert. Ist das dein echtes Schwert? Ist das ein bisschen schwer? Bisschen schwer, ne? Fino, guck mal! Ist das doch ein bisschen spitz vorne? Bisschen, ne? Fino, das ist dein Applaus! Dankeschön! Ich werde jetzt hier für euch mein Leben riskieren. Nein. Ah. Was soll ich da? Spaß auf den Tag, wo mir so eine Mürfe in die Fresse schalten. Leute, wenn ich jetzt anfange, das Ding rutscht, ab geht ins Auge und kommt hinten wieder raus. Das gehört nicht zur Show. Also, es wäre schön, wenn dann einer die Sonne holt. Klapp! 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 Schneller! Weiter! Klapp! 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 Leute, das Krasse ist nicht, dass ich das mache. Das Krasse ist, dass die Bescheuerte durch die da sitzen zu bleiben. Das war das Krasse.